Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julia Dahmen. Ich bin Schauspielerin und Mama von vier Kindern. Und das hier ist Familie Leben, der neue Eltern-Podcast des Dombosco Magazins. Wir sprechen hier über alles. Über alles, was euch bewegt. Auch über Themen, über die andere lieber schweigen. Ich spreche mit Müttern und Vätern über alle möglichen Themen des alltäglichen Familienwahnsinns. Hast du auch Kinder? Ja? Dann interessiert es dich vielleicht, wie andere Eltern schwierige Situationen meistern, wann sie an ihre Grenzen stoßen und wo sie Unterstützung finden. Aber natürlich sprechen wir auch über die schönen Dinge, die das Familienleben so mit sich bringt. Glücksmomente, Freudentränen und die bedingungslose Liebe zu unserem Kind oder unseren Kindern. Eltern sind heutzutage einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt. Den möchten wir euch gerne nehmen. Denn letztendlich stehen wir doch alle vor den gleichen oder zumindest vor ähnlichen Herausforderungen. Und hey, keiner ist perfekt, oder? Mehr über das Dombosco Magazin erfahrt ihr übrigens unter www.dombosco-magazin.eu. Ach so ja, und bevor ich's vergesse, eine Folge erscheint einmal im Monat. Bleibt gleich dabei. Ich freue mich auf euch. Familie Leben. Der Eltern-Podcast des Dombosco Magazins mit Julia Dahmen.